Herr Sikora, können Sie mir eine Vorspeise empfehlen, die schnell zu machen ist? Zweierlei von da, Avocado. In erster Linie eine wunderschöne Avocado, die dann noch reif ist, auf dem Punkt reif. Da braucht man Schalotten dazu, ein bisschen toskanische Petersilie, die ist dann ein bisschen dicker im Blatt, Knoblauch, Chili. Dazu machen wir einen Salat aus Kresse und wir haben eine besondere Kresse, eine Chili-Kresse, bisschen feingeriebenen Meerrettich dazu, ein wunderschöner Olivenöl, Salz, Pfeffer und als Krönung, was wir heute dann noch ein bisschen machen, ist Marienkavern. Wie beginnen wir jetzt? Wir beginnen jetzt, indem wir so ein bisschen Miesauflass machen. Wir bereiten vor, wir werden den Chili dann feine Würfel schneiden, Knoblauch schneiden wir. Die eine Avocado machen wir schon dann in Schüttelchen, da ist schon, wie gesagt, Limonsaft, Salz, Pfeffer und Olivenöl drin. Die andere werden wir gleich von der Haut befreien, da kommt der Kern raus, da wird sie fein gewürfelt. Mit den Zwiebeln, mit dem Chili, mit dem Limonensaft, einen Hauch von Knoblauch, dann wird das Ganze vermengt, abgeschmeckt. Und ja, und dann sind wir im Prinzip schon wieder fertig, weil dann ist ja, die eine Avocado hat es schon ein bisschen durchgezogen. Wir machen den Kresselsalat mit dem Meerrettich und ja, und dann brauchen wir nur noch Messer und Schnecke ab und einen guten Appetit. Wie lange braucht man für so eine Vorspeise? Wenn man sich dann eine Küche bereitgestellt hat, nicht länger als zehn Minuten. Zu welchem Hauptgang empfiehlt sich diese Vorspeise? Ein Gänsebraten zum Beispiel. Die Avocado als Vorspeise vor einem Gänsebraten, sehr lecker. Herr Sikora, ich glaube, das ist wirklich die perfekte Vorspeise, oder? Ja, perfekt schon. Aber warum ist sie perfekt? Die ist wunderschön frisch, leicht, bekömmlich und super lecker abgeschmeckt. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Was erwartet uns? Oh, beim nächsten Mal erwartet uns ein Drei-Gänge-Menü für zwölf Personen und zwar ein Geburtstagsmenü. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr das nächste Mal sehen wollt, wie man das perfekte Geburtstagsmenü für zwölf Personen zubereitet, dann schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 cases. What? Alle 나� comet. Das ist das war's und schon. Vielen Dank.